Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Half-Life Black Mesa oder nur Black Mesa. Könnt ihr ja selber entscheiden. Und wir haben letztes Mal ja fast hier stehen geblieben, also nicht ganz. Und ja. Äh ja, wir sind hier. Gegen die Marines. Und haben nur ein bisschen Leben. Ich habe mich natürlich ein bisschen aufgeregt. Äh ja, was da noch kommt. Ich bin, sage ich natürlich, sehr, sehr froh, wenn ein Health-Pack hier irgendwo mal liegen könnte. Äh, wäre geil. Mal mit 30 Leben. Da ist eins. Oh, geil, Alter. Oh, gib mir Leben. Oh, wie schön. Oh, wie nice. Danke. Okay. Oh. Da wollte man natürlich nicht her. Wir speichern nochmal lieber. Quick Save. Und diese Viecher, ne? Nochmal kurz. Haben wir Bilging gemacht, ne? Okay. So, okay. Waffen sind geladen. Wir können weitergehen. Marines sind immer echt... Ist nicht gut. Ein bisschen Leben. Sehr gut. Alter. Da unten sind ja auch welche. Alter Vater, ey. Wir sind schon aggressiv, muss ich sagen. Na, wo waren denn noch welche? Irgendwo da unten. Da. Junge, 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 Junge. Das ist nichts für mich. Natürlich auch schwierig, ne? Oh, guck mal. Okay, scheint ziemlich cool. Mal kurz aufladen. Danke. Und natürlich Quick Save. Okay. Ah, es geht wieder nach oben. Oben ist immer gut. Oben ist immer perfekt. Mal gucken. Wollen wir nachladen. Da, wo wir können. Oh, guck mal. Aus Austria. Das ist ja sehr schön. Hm. Wusste gar nicht, was die so heißt. Aber in dem Spiel wurde es halt dargestellt. Granaten. Schatten ist auch alles voll. Nice. Okay, was kommt jetzt denn für eine Musik? Ach, du Scheiße. Wir sind an der Oberfläche. Nice. 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 Alter. Ist hier was geiles dabei? Oder kann man hier hoch? Ja, man kann hier hoch. Ist denn hier irgendwas? Nö. Okay, da müssen wir aufpassen. Aber da sind wir nicht draußen. Wirklich in dem Spiel denn schon so früh draußen? Dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Uh. Lieber Oli. Und jetzt echt mit Granaten werfen? Dann machen wir es genauso. Alter. Hä? Wer schießt denn da auf mich? Diesen Mal geflogen. Hier irgendwas finden? Ah, ist ein Raum. Natürlich geil, wenn jetzt hier irgendwas geiles liegen würde. Also so eine Art von... Raketenwerfer. Ich glaube... Ich kann mal kurz mal hier hingehen. Aber ich glaube nicht, dass hier irgendwas... Ist mit Raketenwerfer. Also beschützt wäre auch nice. Naja. Auf jeden Fall. Wie viele Marines hier kommen? Weißt du was? Wir stellen uns mal kurz... Ich muss nochmal kurz speichern. Sorry, aber... Anders bringt uns jetzt nichts. Alter. Ist das schon mal gut? Ich frage mich nur... Ich glaube, der macht seine eigenen Typen kaputt. Kann das sein? Müssen wir hier runter? Wir müssen, glaube ich, hier runter. Aber ich glaube, hier zu. Holy moly. Das ist gut, ich habe gespeichert. Dass wenn irgendwas kommen sollte... Oh, oh. Holy. Okay. Ich gehe mal ganz schnell mal hier rein. Nimm noch das Energie und gehe dann in den Bunker rein. Da, wo wir gerade waren. Ich jetzt nicht alles, aber egal. Auf Wiedersehen. Na, wir haben auf jeden Fall schon mal gut Leben bekommen. Ist doch auch sehr gut. Das war nicht nett. Was müsste ich hier eigentlich... Okay. Lass die nach kurz kommen. Hallo. So, jetzt kommen die. Okay. Jetzt müssen wir noch mal vorsichtig. Aber wo müssen wir denn hin? Mal gucken mal hier so. Jetzt da hin. Alter, nicht so schnell. Ach, da muss man hin. Nein. Nein. Oh, ich verbrenne. Nein. Verbrennen, verbrennen ist nicht gut. Also nochmal. Nochmal das Ganze, bitte. Auf Wiedersehen. Sehr gut. Nein. Nein. Schon wieder da rein, Alter. Leck mich doch am Arsch. Das gibt's doch nicht. Alter, wie, 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 wie. Gucken. Hallo. Wieder weggeben. Nachladen. Warten, bis die kommen. Sehr gut. Spaß, wir speichern hier nochmal. Quicksafe. Ah, naja. So, warte mal. Ich spring jetzt mal auf das Kreuz hier. Bam. Bam. Und rein. Nice. So muss das gehen. Warum geht's denn nicht vorher so? Versteh ich nicht. Okay. Oh, da ist das dunkel. Okay. Aber ich kann mich an diese Stelle im Half-Life, also Half-Life normal, kann ich mich nicht dran erinnern. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung, wo sie das her haben. Einmal. Nein. Wo ist er? Da kommen wir nicht lang. Boah, wie viele von den Hexen kommen. Auch nicht. Da sind wir mal vorsichtig hier. Da ist auf jeden Fall, kommen wir gleich in den Raum rein. Wir müssen jetzt da durch. Okay. Okay. Da können wir jetzt mal kurz speichern. Immer Quicksafe in dem Spiel. Das ist echt. Hä? Okay. Ah. Ah. Bonjour. so much for the government their idea of containment just to kill everyone kannst du mich bitte wo muss ich da lang ach er hat mich jetzt beobachtet ja ich war schon mal okay das war nicht die feinlich englisch hat ich hab endlich auch wieder geil das ist man das fühlt man sich am besten im blick messer oder in half life wenn man komplett alles voll hat also fast voll weil dann speichert man dann ist man sicher jetzt kann erst mal nichts passieren also zumindest jetzt nicht also ein bisschen anders ist das also ist nicht level für level gleich finde ich persönlich also oder ich vertue mich da jetzt echt aber ich habe es nicht erinnerung gehabt dass man mit den marie draußen schon so viel gekämpft hat es gab zwar meine mission oder doch kann sein nur die level strukturierung ist einfach anders das kann echt sein soll genau das hier hoch was es hier gibt ein power jetzt haben wir 100 von 100 das schon cool 100 per cent ja you have recht da haben wir mal gut geschossen oder lieber scholli meine güte da müssen wir da irgendwo lang müssen wir den aufzug rein machen wir einfach mal auf wieder dien kann man mich noch sehen oder was sie kann man nicht mehr sehen aufzüge da fühlt man sich immer so hilflos gerade wenn es dann ins wasser geht aber es geht erstmal tief weiter runter also waren wir gerade oben wir waren eigentlich schon in der frischen luft nur dann sind wir wieder nach unten hallo 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 wir fahren zug ok ein bisschen schneller geht oder ein bisschen einfach ganz schnell hallo 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 ach das ist schön eine bahn fahrt die ist lustig eine bahn fahrt die schön major fracture detected automatic medical systems engaged warum kann ich jetzt hoch hier das ist ja auch mies da da ekelhafte suppe hier kann man mal ein foto von machen aber ne speichern erstmal kurz quick save ähm ja ja ist ok müssen wir jetzt da lang ja da nicht wir laufen einfach mal den weg entlang das röhrchen das war überhaupt nicht geplant äh ja das war wirklich nicht geplant Scheiße, jetzt habe ich so viel Leben verloren. Das ist ärgerlich. Aber gut. Ist dann halt so. Oh, nicht so ein Vieh. Komm her. Da machen wir nochmal quick speichern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Black Mesa mit mir, dem Ingo Viva. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.